Der innere Schweinehund. Du kennst ihn. Du hast ihn ja vielleicht hier auf dem Vorschau-Bild gesehen. Das war jetzt mein Hund, der ein bisschen schweinisch ausschaut. Ja, was bedeutet das? Naja, es bedeutet, dass man eigentlich weiß, dass man etwas tun sollte, aber es nicht tut. Jeder von uns kennt das ja. Grundsätzlich weiß ja jeder von uns zum Beispiel, dass er mehr Sport machen sollte. Jeder von uns weiß, er sollte sich irgendwie gesünder ernähren. Jeder von uns weiß, man sollte irgendwie das oder jenes tun, das oder jenes nicht tun. Man sollte jetzt irgendwie weniger trinken, man sollte jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehr Wasser trinken, weniger Alkohol. Es gibt ja hundert verschiedene Millionen Sachen guter Vorsätze und so weiter, die man immer wieder hat. Doch, obwohl man das Wissen hat, handbar entgegensetzt sich eigentlich. Das bedeutet, du weißt eigentlich, was gut wäre, du weißt, was gut ist, du weißt, was du tun solltest. Du bist ein viel besserer Fußballtrainer als jeder Bundesnationaltrainer draußen. Du weißt ganz genau zu jeder Tages- und Nachtzeit, was irgendjemand anderer irgendwie tun sollte, aber du tust es selber nicht. Woran liegt das? Naja, ich meine, woran liegt das zum Beispiel, dass Fußballspieler, die Millionen verdienen, die wortwörtlich mit dem Fußballspiel ihr Leben bestreiten und da auch sehr gutes Geld verdienen, dass sie plötzlich am Elfmeterpunkt, obwohl die alle Fähigkeiten haben, den Elfmeter verschießen. Das ist im Endeffekt, ja, da kann es ja nicht an den körperlichen Fähigkeiten liegen. Das liegt halt an den mentalen Fähigkeiten, liegt einfach am Mindset. Das ist halt so ein Modewort, es gibt aber auch kein besseres Wort dafür. Und zwar Mindset hat eigentlich im Deutschen zwei Bedeutungen. Ja, zum einen, wie du die Welt um dich herum siehst, ja, also deine Vornamen, deine Glaubenssätze von der Welt da draußen, ja, ob du zum Beispiel denkst, alle Menschen sind grundsätzlich böse, alle Versicherungsmarkter sind Betrüger, so, alle Versicherungen wollen dich nur über den Tisch ziehen und wollen dir nichts Gutes, ja, die bezahlen ja eh keinen Schaden, so, das ist im Endeffekt der eine Teil vom Mindset. Und das heißt, vom Mindset ist eigentlich die Übersetzung des Selbstbild, also so, wie ich mich selbst sehe, ja. Und wisst ihr, in der Psychologie, ich bin jetzt kein Psychologe, aber auch ich weiß mittlerweile, so, das, was du denkst, bestimmt auch das, wie du dich benimmst, ja. Also als Beispiel, wenn du jetzt von dir selber denkst, du bist jetzt irgendwie kein guter Berater, ja, dann wirkst du nicht so selbstsicher. Dann merkt man das in deiner Körpersprache, du bist nicht 100% irgendwie, ja, sicher. Der Kunde spürt es, der riecht es, der kauft nicht. Der weiß, du bist unsicher. Dann sehe ich zum Beispiel bestimmte YouTube-Videos von Mitbewunderern oder grundsätzlich irgendwelche Werbung von irgendwelchen anderen Leuten. Und man merkt schon, ihre Körperhaltung, die sind sich unsicher, die wissen nicht, was sie tun, ja. Das können sie nicht überspielen. Und wisst ihr was? Die Werbung funktioniert nicht, ja. Das merkt man allein schon am Tonfall, ob jemand Ahnung hat von dem, was er spricht, ob jemand davon überzeugt ist und ob jemand einfach irgendwas abliest, was er mal irgendwo in einem Buch irgendwo mal gelesen hat und das selber gar nicht glaubt oder gar nicht verstanden hat, worum es geht, ja. Und das ist im Endeffekt der langfristige Unterschied, ja, wie sich die Leute da draußen immer wieder verraten, ja. So, du kannst dich selbst nicht belügen. So, wenn du selbst von dir denkst, du bist kein guter Berater. Wenn du von dir selbst denkst, du bist kein erfolgreicher Unternehmer. Wenn du von dir selbst denkst, du bist kein guter Sportler, ja, so. Dann wirst du immer wieder Beweise dafür finden und wirst dich auch genauso benehmen, wie es dir dein Kopf im Endeffekt vorsagt, ja. Das bedeutet, wenn du von dir denkst, du bist einfach, klingt blöd, aber du bist ein guter Elchmeterschützer, wirst du wahrscheinlich mehr Elchmeter versenken, wenn du denkst, naja, bei Elchmetern, das ist meine Achillesferse, das kriege ich nicht hin, ja. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum viele Finanzberater, Versicherungsvermittler eben im Geschäft scheitern. Das ist auch der Grund, warum ich selbst früher gescheitert bin, ja. Ich habe einfach nicht so gedacht, mich selber nicht für einen krassen, besten Berater gehalten. Ich habe mein Selbstbild, hat nicht zu dem gepasst, was ich mir draußen darstellen wollte. Und die Kunden haben deswegen auch nicht gekauft, so. Die Kunden haben mich nicht vertraut, weil ich mir selbst nicht vertraut habe, ja. Und genau so, das sehe ich auch hier draußen am Markt bei Finanzberater und Versicherungsvermittlern. Immer wieder bei Veranstaltungen treffe ich Leute, zum ersten Mal teilweise live. Ich habe sie schon über Facebook, über Instagram, über TikTok schon mal irgendwie gesehen und so weiter und so fort. Und mir ist schon aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe schon irgendwie gesehen, da passt irgendwas nicht zu 100 Prozent, ja. Ich konnte das nicht benennen. Es war jetzt, ja, irgendwas, was irgendwie da über den Sachen geschwebt ist. Also es war jetzt nichts, was man irgendwie mit der Hand greifen konnte. Und dann, wenn man mit den Leuten live spricht, ja, da merkt man in ihrem Verhalten, in ihrem Benehmen, dass da irgendwas nicht passt. Also irgendwas ist bei denen verkehrt. Das spürt man, das merkt man. Und ich bin nicht der Einzige, der das merkt. Vielleicht bin ich mittlerweile empfänglicher dafür. Ich bin wie so ein Spürhund, wie so ein Schweinehund, Spürhund, ja. Also Schweinespürhund. Kann ich im Endeffekt mittlerweile riechen, wenn jemand zum Beispiel ein Problem mit sich selbst hat. Wenn jemand irgendwo, ja, Mainzprobleme hat. Und so tut, als ob jemand anders wäre. So tut, ja, einfach eine Rolle spielt, die er nicht ist. Und das ist auch der Grund, warum diese Menschen nicht erfolgreich sind. Wenn mir jemand erzählt, dass er das und das erreicht hat, das und das und das schafft und so weiter und so fort. Aber seine Körpersprache passt halt überhaupt nicht dazu. Dann weiß ich, jede Person lügt. Wenn ich mir Videos von irgendwelchen, wie gesagt, Unternehmern anschaue und die erzählen, was sie für geile Erfolge gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich schaue mir an, wie er das ausdrückt, wie er darüber spricht, wie seine Körperhaltung ist. Und auch wenn ich da ein extremes Empfängnis dafür habe, ja, mittlerweile dadurch, dass ich mit so vielen Menschen gearbeitet habe. Andere Menschen spüren das auch. Die merken das auch. Das heißt, wenn du jetzt hier zuhörst, zusiehst, wenn du jetzt hier Zweifel an dir selbst hast, dann garantiere ich dir, andere Menschen spüren das. Andere Menschen spüren, dass du ihnen irgendwas vorspielst. Und deswegen musst du auch ganz wichtig von dir selbst überzeugt sein. Und du musst eigentlich dir aufschreiben, was sind eigentlich die Punkte, die dich an dir selbst zweifeln lassen. Warum glaubst du, dass du jetzt nicht der allerbeste Berater bist? Du kannst mir auch gerne privat schreiben, auf sozialen Medien. Nachdem du das Video und den Podcast angehört hast, kannst du mir gerne schreiben, was du denkst, was bei dir, was dich noch von einem Top-Berater abhält, unterscheidet, warum es für dich nicht klappt. Ja, warum deine Kunden irgendwie abspringen und nicht kaufen. Schreib mir das offen und ich werde dir helfen. Und du kannst auch, wenn du schon mal sowas gespürt hast beim Verkäufer, dass der Verkäufer nicht 100% safe war, nicht 100% sicher war, kannst du mir gerne auch in die Kommentare von dem Video hier oder über Social Media schreiben, ab wann du gemerkt hast, dass jemand dir nicht helfen kann oder nicht für dich geeignet ist als Berater. Und deswegen interessiert es mich wirklich und ich möchte euch helfen, weil die Lösung ist, jeden dieser Punkte, der dich davon abhält, ein geiler Berater zu sein, den muss man einfach eliminieren. Wenn du zum Beispiel sagst, dir fehlen irgendwie fachliche Fähigkeiten, dann schaff dir fachliche Fähigkeiten an. Wenn du sagst, du bist irgendwie nicht ehrlich zu deinen Kunden, du musst irgendwie lügen, um die Produkte irgendwie zu rechtfertigen, ja, dann such dir einfach bessere Produkte, hör auf zu lügen. Wenn du zum Beispiel glaubst, deine Führungskräfte, deine Gesellschaft, die können den Dienstleistungen nicht erbringen, die können die Leistungen nicht liefern, die du den Kunden versprochen hast, ja, dann wechsel die Führungskräfte, wechsel die Gesellschaft, geh irgendwo hin, wo du überzeugt bist. Wenn du nicht selbst davon überzeugt bist, wenn du nicht von dir selbst überzeugt bist, kannst du andere Menschen nicht überzeugen. Und wenn du wissen willst, wie du in Zukunft mehr Menschen von dir überzeugen kannst, wenn du wissen willst, wie du diesen irre Schweinehund besiegst und das tust, was notwendig ist und, ja, auch die unangenehmen Sachen mal durchziehst und einfach mal dich selbst verändern bereit bist, weil, schau mal, wenn du jetzt heute, egal wo, an der Stelle in deinem Leben stehst, umsatztechnisch oder persönlich, dann haben dich die bisherigen Aktivitäten, die du gemacht hast, die bisherigen Aktionen, genau zu diesem Punkt geführt. Das heißt, wenn du zu einem anderen Punkt gehen möchtest, den du noch nicht erreicht hast, dann müssen auch die Aktionen anders sein. Du musst für die anderen Aktionen aber auch anders denken, weil die Person, die du bist, wird immer gleich handeln und die Person, die du sein wirst, eines Tages, die vielleicht irgendwie das Doppel des Freifachers verdient, die handelt und benimmt sich auch anders und ist eine ganz neue, eine ganz andere Person. Und das kann man lernen, wie man das macht. Also, hinterlasse mir auf diesem Kanal mal ein Abo, schick diesen Content-Peace, schick den an deine Kollegen, schick den an Leute, die vielleicht, von denen du sagst, die haben kein Selbstvertrauen, die halten dich für keinen eigenen Berater und jeder von euch, der das hier hört, schreibt mir und ich werde dir helfen. Ansonsten, wenn du dich interessierst, wie mein Coaching abläuft, wie ich dir helfen kann, geh auf www.wladimir-siebenhoff.de schräg schräg Termin, registrier dich für einen kostenlosen Beratungstermin und mein Team und ich, wir werden dir helfen, deinen inneren Schweinehund zu besiegen. Bis dann, der Herr Wladimir Simhoff.